Sie gab ihm schließlich den Bescheid, wenn er sie im kalten Winter in einen schönen grünen Rosengarten führe, dann sollte es ihm gewährt werden, wenn nicht, soll er sich nie mehr sehen lassen. Der Edelmann zog durch alle Lande, um einen solchen Mann, der dieses leisten würde, zu finden, bis er endlich ein altes Männlein traf, das ihm versprach, solches zu tun, wenn er ihm die Hälfte seiner Güter versprechen würde. Das bewilligte dieser, und jener verrichtete sein Werk. Daher rief er die genannte Frau zu sich in seinen Garten, die es wieder erwarten alles grün, lustig und warm vorfand. Da erinnerte sie sich ihres Versprechens und begehrte nichts mehr, als noch einmal zu ihrem Gemahl zu kommen, dem sie ihr Leid mit Seufzen und Tränen klagte. Da dieser aber ihre Treue erkannte, sandte er sie wieder fort, um ihrem Liebhaber, der sie so treu erworben hatte, Genüge zu tun. Den Edelmann bewegte dieses Ehemannes Redlichkeit so sehr, dass er es für eine Sünde hielt, ein so ehrbares Weib zu berühren. Er schickte sie also in Ehren wieder heim zu ihrem Gemahl. Als nun das Männlein von der Treue dieser beiden erfuhr, wollte es, wie arm es sonst war, auch nicht der geringste sein, sondern stellte dem Edelmann all seine Güter wieder zu und zog davon. Nun weiß ich nicht, liebe Herren, wer von diesen die größte Treue bewiesen hat. Hierauf war uns der Mund verschlossen. Auch die Jungfrau wollte nichts anderes antworten als, fahre nun ein anderer Herr fort. Daher säumte auch der Fünfte nicht und begann, Liebe Herren, ich will es nicht zu lang machen. Wer hat größere Freude? Der, der das, was er liebt, anschaut oder der, der sich nur daran erinnert?